Willkommen zu diesem REGO Showcase. Wir zeigen euch hier, wie ihr REGO Ganganalysen in der klinischen Praxis und in der Physiotherapie einsetzen könnt. In Schritt 1 legst du die REGO Sensorsohlen in die Schuhe ein. In Schritt 2 wählst du den gewünschten REGO Test aus und machst zusätzliche Einstellungen, zum Beispiel für Biofeedback. In Schritt 3 muss deine Patientin oder dein Patient einfach nur den Anweisungen folgen, um den Test durchzuführen. In Schritt 4 hast du in wenigen Sekunden direkten Zugang zu allen Testergebnissen. Dazu stehen dir übersichtliche Reports zur Verfügung, die auch angepasst werden können. REGO, die perfekte Lösung für individuelle Trainings- und Therapieprogramme an den unteren Extremitäten. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. ARD Text im Auftrag von Funk